Mario Kart 8! Hey Internet und YouTube Neuerunde! Mario Kart mit Kistio! Guten Tag, da bin ich wieder am Start und ich denke mal die Toads Straßenbahn-Karte wird gewählt. Äh, ne, die Gruselvilla wird's. Ne, ich denke die Straßenbahn, oder? Wir sind hier in der Villa-Zone und es wurde gewillert. Alle, die jetzt unter 16 sind, sollten wegschauen, denn es wird brutal. Es wird blutig und wir werden abgetrennte Körperteile sehen. Uuuuh, vor allem dein abgetrenntes Körperteil neben deinem Auto. Ich bin Baby Mario mit dem Superflitzer, oder wie der heißt. Ich bin Mario, gesponsert bei Mercedes. Jede Folge bringt mir 1000 Euro ein. Danke an Mercedes, die besten Fahrzeuge der Welt. Oh Gott, Superflitzer, bringt mir 10 Euro ein und sieben doch nicht so schnell. Und hier, zack. Boah, die Villa sieht so verdammt cool aus, oder? Die Villa hat Style. Die Villa hat richtig, richtig Style. Und da ich ja Vario bin, bekomme ich immer hier so einen fiesen Bonus. Weißt du, immer schön rote Panzer, blaue Panzer. Ah, schon geil, gemein zu sein. Ja, das war Vario. Vario ist einfach böse. Hier schon wieder ein roter Panzer. Oh, jetzt bin ich Sechster. Wer macht denn hier den Rundfunk? Oh, so schnell geht das. Hey, ich bin Neunter. Wer soll denn... Oh, tschüss. Das ist unfair, das ist richtig unfair. Ja, kann sich gleich hier anstellen lassen und druseln. Jetzt bin ich 12. 11. Okay, okay, okay. Ihr wollt alle gegen mich spielen. Ihr wollt alle gegen mich. Ihr habt euch verschworen gegen mich. Gegen Vario. Oh, da bin ich voll drin. So, du Vollidiot. Jetzt erst mal hier durch. Da vorne sehe ich Quenny. Ich muss Quenny. Wow, was war das? Yes, Quenny überholt. Und ich bin Siebter. Quenny ist ganz hinten. Was heißt hier ganz hinten? Ich bin nicht ganz hinten. Ah, die Schadenfreude hier. Die wurde ihm ausgetrieben. Boah, ich flippe aus. Oh, ich habe alles verloren. Ich bin aber immer noch Siebter. Komm schon, Vario. Ich glaube an dich. Du bist mein geheimer Held. Ich bin im Boost. Oh nein. Er ist vor mir. Jetzt bin ich wieder letzter. Warum? Ich komme mir nach vorne. Ich komme mir nach vorne. Ich würde mich rächen. Aber nur das Richtige. Alter, das ist es nicht. Wie sie alle bei mir vorbeiglühen. Hier, Zack. Getackelt. Vario ist der König. Nein, 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 nein. Wenn schon verlieren, dann im Vario-Style. Wieder bei dem... Ich flippe aus hier. Komm schon. Ich schaffe es noch. Ich schaffe es noch. Wow, wow, wow. Oh, da war ein blauer Panzer. Gieß vor meinen Augen, Gieß. Nein. I believe in Mario. Mario. Oh, ich komme von der Strecke ab. Hallo. Oh, nein, 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 nein. Oh, das ist eine Katastrophe. Letzte Runde. Shit. Nein, nicht letzte werden. Das ist die neue Devise. Ich kriege das noch hin. Da vorne sehe ich Jess. Nein, wer hat mich hier wieder abgeschossen? Oh, verdammt. Der ist direkt vor mir. Ich flippe so aus hier. Das ist nix für meine zarten Gefühle. Nein, das tue ich. Ey, die Karte ist ja richtig schwierig. Komm schon, komm schon. Nicht letzter werden. Nicht letzter werden. Das ist alles, was ich will. Peinlichste Runde aller Zeiten. Oh, direkt, wie kann man den hier dagegen pflegen? Komm schon. Komm schon, ein bisschen was hier geht noch. Ich bin Achter geworden. Nein. Oh, Gott sei Dank. Es war keine Minusrunde. Es war keine Minusrunde. Ey, das war ja wirklich Horror. Die Villa ist ja wirklich Horror. Ich habe scheiße zusammengefahren bis zum Gehtnichtmehr. Absolut. Aber ich bin immer noch besser als Quantum. So schlimm war es jetzt nicht, Leute. So schlimm war es jetzt nicht. Ja, hey, ich hatte fürchterliches Pack. Die Statuen, die schlagen dann nieder. Oh, die Kuhweide. Ich nehme es, die Kuhweide. Das ist genau mein Level. Ich brauche irgendwas kinderfreundliches, weißt du? Mit Stützrädern. Den Dschungel, den kenne ich noch nicht. Den Dschungel. Lass die. Hör doch auf mit dem Dschungel. Das ist total schwer. Wir brauchen Kuhweide. Nee, 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 nee. Ich habe Stützräder noch. Komm schon, Kuhweide. Oh, der Dschungel. Ja, natürlich. Es geht immer noch den besten Fahrer des Teams. Okay, schauen wir mal. Quantum wird hier mit unter 1000 Punkten gelistet. Ja, das ist ein Fehler. Alright. Komm schon, Mercedes. Der Turbo-Flitzer, komm. Und hier mal wieder ein perfekter Start. Vario ist halt ziemlich dick. Und dementsprechend ein wenig langsam. Aber dafür sehr gut im Tacklen. Ach nee, jetzt bin ich zwölfter. Ich werde sogar nochmal zurückgesetzt. Was hast du abgeführt? Ja, ich wurde hier eben gerade getackelt vorm Abgrund und natürlich nach unten geschleudert. Oh, wie die mich einfach abdrängen. Was haben die hier für das geheime Superkräfte oder so. Ja, ich bin ganz hinten. Ja, dort, wo du hingehörst. Ich meine, jetzt soll man es ehrlich. Aber ich komme wieder. Ich sage es dir. Fuck yo! Du wolltest den Dschungel nehmen. Du bist selber dran schuld. Ich raste hier aus. Ich bin so ein Idiot. Okay. Wahnsinn. Okay, Quenny ist ganz hinten. Ich werde daraus keine Minus-Ronde machen. Boah, ich... Dieses Spiel macht mich so aggressiv. Unglaublich. Und jetzt hier nochmal mit dem coolen Boost. Der Stern. Ja, mit dem Cheat-Bonus hier. Vario, der alte Cheater. Ne, 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 ne. Ich überhole dich noch. Das ist alles nur Taktik jetzt. Ich meine, hier hinten ist wenigstens keiner hinter mir. So gesehen kann ich mich schön konzentrieren. Komm schon, komm schon, komm schon. Einmal durch die Mitte. Ignorier alles. Oh, ich bin immer noch Zehnter. Wie kann das sein? Die vorderen Reihen, die sehe ich gar nicht. Als Rakete. Das macht aber nichts. Du bist ziemlich unfair. Du bist ziemlich... Ich hab' blöde Frosch. Ich hab' dich schon wieder überholt, du Noob. Ich hab' blöde Frosch auf der Straße. Und jetzt mache ich hier Stunts. Sexy Stunts. Ultra erotisch hier mit Vario. Bam, da ist einer runtergeslidet. Spawnt aber vor mir. Ja, ganz fair. Ganz fairer Scheiß hier. Ey, wer hat denn hier schon wieder so eine Kanone? Bist du das? In der Dauerkanone? Ha, Immun gegen Blitz. Immun gegen Blitz. Yes, siebter. Vario arbeitet sich hier wieder nach vorne. Was für ein katastrophale... Ding hier. Das ist einfach der Flitzer, der... No! Nein! Tödlicher Fehler von Vario. Das kostet ihn vielleicht wertvolle Punkte. Komm, gib mir irgendwas Gutes. Gib mir irgendwas Gutes. Aber Vario ist der King im Tacklen. Tackle-Duell. Yes! Yes! Da reiß ich's nochmal raus. Fick hier durch. Stabiler siebter Platz. Stabiler letzter Platz. Hat da Quantum abgehangen. Quantum hat man gar nicht gesehen in der Runde. Wer ist Quantum? Stellen sich die Fans die Frage. Da draußen vor den Monitoren. Ist das nicht die Knöpfe, wo du gesagt hast, du hast sie die ganze Nacht geübt? Ich hab gesagt, ich hab sie noch nie gesehen. Ich fliege aus jeder Kurve. Yes! Siebter wenigstens. Nichts funktioniert hier mehr. Schaut bei Quantum rein. Ich glaub, das ist lustiger. Hier ist es langweilig, weil ich kann fahren. Shut the fuck up. Ich komm nicht nur ins Ziel, so weit hinten bin ich. Ich hab nicht nur die Ziellinie gesehen. Du bist eben ein Baby. Du bist eben ein Baby. Ja, und er weint auch. Ja, meiner war auch nicht gerade glücklich. Ja, aber irgendwie hat er gesagt, hey, ich kann die von mir... ...Familie noch ernähren. Ja, ich hab noch ein bisschen Geld bekommen. Oh, was nehm ich denn? Die sehen alle ziemlich schwierig aus. Wahnsinn, das war die schlechteste Runde ever. Alles klar, ich nehm hier... Oh, die Wasserfälle. Da falle ich bestimmt ganz oft runter. Ach, ich mach random. Komm, drauf geschissen. Ich mach hier mal random und sag den Leuten, sie sollen... ...bitte, bitte ganz vorsichtig mit mir umgehen. Ich fahr mit Stützrädern und Schwimmflügeln. Dein Wille ist gebrochen, oder? Der ist gebrochen. Das Problem ist, es fing an schief zu gehen und dann hab ich mich reingesteigert ins Schiefgehen und dann ging es nur noch schief. Okay, jetzt... Konzentrier dich, konzentrier dich. Ich brauch ein Erfolgserlebnis wieder, sonst... Trink ein Gatorade. Ich brauch einen alten Mann. Chris aus der Schweiz, Genf. Oh, die wird schwierig, das seh ich doch jetzt schon. Lava. Lava ist immer mies. Und hier mit Boost. Ich glaub, immer hier hinten starten, ist doch ein Witz. Ja, du bist eben der Letzte. Ach. Oh, 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 was hab ich hier Schönes? Was hab ich hier Schönes? Geh weg mit dem Ding, was du da... Ich hab's gewusst. Ich hab's einfach gewusst, dass du hinter mir rumrennst. Wahnsinn, dafür wirst du bezahlen Das ist einfach nur fair Boah, da war eine nukleare Explosion Ist das fair? Atombomben in Mario Kart Sind wir wirklich schon so weit Alles ist erlaubt Krieg Oh, ich bin dritter, sehe ich gerade, vierter Solltest die Ergebnisse nicht zu schnell Da bin ich wieder Teilweise dritter gewesen Oh, ein roter Panzer, du Mieser, ich werde dich sowas von fertig machen Wir reden hier von Quentin Der versaut so oder so Ey, dieser Blitz, wer war das? Ich nicht Ich habe dir noch nie so einen Blitz Jetzt bin ich fünfter und Platz Ich habe dieses gehört jetzt Oh, hier explodiert irgendwie alles Oh, wow, 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 bam Ja, da bin ich über dich drüber gesprungen Ja, weil der mich abgeschossen hat vor dir Der Matteo Italiener Kann eben den Rennsport durch und durch Das liegt den Italienern im Blut Gas, 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 Gas Und hier nochmal, komm Von oben, von oben, von oben Oh, 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 wow Ganz enges Ding Oh, Scheibe Nein, schon wieder der Tintenfisch Boah, ich bin gerade so konzentriert Die Karte ist total anstrengend Oh mein Gott, geht das alles schnell gerade? Nein, ich flieg runter, ich bieselkopf! Yes, ich bin dritter, ich dreh durch! Mom! Mom, schnell, mach ein Foto! Deine Mom ist gerade bei mir und macht ein Foto! Mom, schnell, ich bin dritter! Nein, da war eine Banane! Och, nee, jetzt! Komm schon, komm schon, komm schon! Ihr miesen Schweine! Nein, jetzt habe ich mich nicht entscheiden können und war gegen die Wand! Du Loser! Oh mein Gott! Bin ich so weit hinten, dass ich überhaupt niemanden mehr sehe? Gibt's ja nicht! Ich bin gerade Vierter! Wo bist du denn? Verdauern gegen die Wand! Es ist schon wieder der Punkt erreicht, alle überholen mich, ich bin neunter, super! Man merkt heute, das sind Quantum seine Runden! Das kann er! Ich brauche ihm was Gutes hier! Und Ende! Fünfter Platz! Ich war ganz kurz mal dritter! Ich war ganz kurz hier wirklich ganz vorne mit dabei! Ich habe den Champagner schon auf der Zunge geschmeckt! Wahnsinn! So ein Mist! Aber dann... Ha, wurde nichts draus! Aber du bist nicht letzter, du bist siebter! Stabiler siebter! Dafür gibt's noch Punkte, dafür gibt's noch ein bisschen Vino auf den letzten Rängen! Ja! Noch eine Runde gibt's! Jetzt musst du in der letzten Runde, wenn die Leute noch nicht abgeschalten haben bei dir... Jetzt musst du alles geben! Oh, was nehme ich denn? Ich nehme hier Kalorien! Irgendwas noch nicht! Die Skutter oben! Oh, das ist bestimmt sauschwierig! Oh, das ist zu viele Lichter! Das sind viele Lichter, da kriegen wir wieder einen Anfall! Das ist zu japanisch! Ich bin der Einzige mit Zucker! Wenn links und rechts ein Weg ist und ich mir die entscheiden kann und genau in die Mitte in den Felsen reinfahre, oder? Das ist mir noch nie passiert, ehrlich gesagt! Das ist schon brillant! Einer wählt die Wüsten-Karte und die kommt dran! Naja, beim nächsten Cut habe ich hier plötzlich 1500 Punkte stehen! So sieht's nämlich aus! Langsam, aber sicher arbeite ich mich nach oben! Der Zähler braucht mal wieder eine Weile! Komm jetzt! Komm jetzt! Oh, nein! Nein! Ein Fehlstart! Fehlstart! Hier in der letzten Runde! Aber noch ist hier nichts verloren! Ah, shit! Banane falsch geworfen! Was ist das hier für ein Viech? Yes! Da bin ich schon auf dem siebten mit einer Münze im Peddo! Nein, 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 nein! Ich lasse mich hier nicht weg so falsch mal! Aus der Strecke! Oh, dieser Gauner! Ist er wirklich zwischen mich und dem Bonus! Haha! Was? Nein, Treibsand! Was? Was, Treibsand? Da ist Treibsand, ja! Klar, das ist die Wüste! Das ist die Mario-Wüste! Kennst du die nicht? Bist du hinter mir mit einem Stern? Ich bin weit vorne! Ich bin da jetzt so, nicht so weit, aber noch! Woher geht's hier? Ich weiß nicht, wo sie muss! Ich bin hier ja nicht zu voll! Oh Gott! Alles klar, Bitches! Bumerang! Ich bummer dir eine! Du kannst die Vorderreine hier vor mir abschießen! Das finde ich echt eine hervorragende Idee! Sauber hier mit dem Bumerang! Doppelt gebummert! Komm schon, komm schon, komm schon, komm schon! Geh weg mit dem Bumerang! Seh ihn doch vor mir, den Bumerang! Oh, jetzt geht mir was Gutes! Komm schon, komm schon, komm schon! Oh, dieser Downer will jedes Mal zwischen mich und meinen Kacki... Du Pisser! Kack Belohnung! Oh Gott, ich war direkt hier rein! Wow, das war knapp! Da sehe ich Quantum, jetzt kann ich Quantum zerstören! Die Zerstörung des Ein-Quantum-Pros! Aus dem Weg! Oh Gott! Du Lutscher! Einmal hier sauber durch den Treibsand! Mein Wigster, wie schnell man hier hinten ist! Das ist nicht Quenny seine Folge! Aber das ist Mario Kart! Schadensfreude ist die beste! Besonders hier in Mario Kart! Er hat Emotionen, es ist nicht gesunder! Moment, sehe ich die Gegner hier! Oh yes, oh yes! Moment, da bin ich Erster! Nein! Oh Gott! Das war ganz kurz! Nein! Quantum, du Pisser! Ich hasse dich so! Ich hasse dich so! Wir sind keine Freunde mehr! Nach diesem Let's Play! Ich habe gar nichts getan! Mach dich fertig! Jetzt bin ich wieder Sechster! Boah, was war denn das eben gerade für ein... Was ist das hier für ein Getackle? Aber Mario täckelt sich durch! Nein, gib weg! Du Fiesling! Gib mir was Gutes, gib mir was Gutes! Ich habe einen Bomberrang, ich habe einen Bomberrang, ich habe einen Bomberrang! Yo! Nein! Ihr Loser! Oh nein! Ich habe mich begrüßt! Nein! Was soll denn der Scheiß? Ich weiß nicht, aber ich freue mich trotzdem! Jetzt bin ich siebter! Ich habe einen Überschlag! Nein, Yoshi, du Pisser, du! Ich war so weit vorne, Yoshi, ich hasse dich so! Komm schon, jetzt Gas geben! Nein, geh weg mit dem Bomberang! Was ist das? Ich muss noch Quenny irgendwie zerstören! Komm, Quenny ist noch drin! Komm schon, Gas, 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 Gas! Nein! Fertig, vierter, oder? Vierter Platz! Nein! Oh, yes! Gott sei Dank noch so abgeschlossen! Oh Gott! Verdammt! Wo keiner mehr das Video ansieht, aber... Wahrscheinlich wird es nach vorne geschnitten bei Quantum. Aber Leute, es ist das letzte Rennen, ja, es ist das letzte Rennen. Ja, das war es mal wieder mit dieser nervenaufreibenden Folge. Wir sehen uns bei der nächsten, vergesst die Bewertung nicht. Wie immer, danke fürs Zusehen und Tschüss! Tschüss!